hallo ich bin es wieder johannes von clicktipp und ich möchte dir heute gerne mal zeigen wie du eine kampagnenvorlage in clicktipp erstellst so eine kampagnenvorlage dient dazu dass du eine von dir erstellte kampagne mit anderen clicktipp nutzern teilen kannst das heißt diese können die wiederum in ihrem account importieren das funktioniert aber nur dann wenn deine kampagne auch tatsächlich immer in deinem account verfügbar ist es handelt sich also nicht um eine archiv funktion und du könntest die kampagne danach löschen sondern diese kampagne muss tatsächlich immer erhalten bleiben das ist ganz ganz wichtig ja und anlegen kannst du eine kampagnenvorlage in dem du hier auf kampagnen klickst und dann eigene kampagnenvorlagen neue kampagnenvorlage ich vergibst jetzt mal einen namen und willst dann hier eine entsprechende kampagne aus zum beispiel diese hier und dann klickst du einfach auf kampagnenvorlage anlegen hier kannst du jetzt ein zusätzliches manuelles tag hinterlegen das spare ich mir jetzt an der stelle und hier mit diesem häkchen willst du an dass alle in der kampagne verwendeten objekte einbezogen werden das ergibt auch in der regel sinn wenn du das allerdings nicht willst dann kannst du das abwählen dann kannst du hier im einzelnen schauen okay welche objekte sind denn überhaupt dabei wenn du die e-mails nicht mit übertragen willst dann wählst du dir einfach ab wenn du die tags ebenso nicht übertragen willst kannst du sie auch abwählen aber wie gesagt meistens ergibt das wirklich sinn das zu tun deswegen ist es auch standardmäßig hier angehakt ja und hier unten siehst du jetzt schon direkt den link für den import und den kannst du einmal kopieren kannst ja auch eine vorschau anzeigen lassen also wenn jetzt jemand deine kampagne importieren möchte dann bekommt er eben diese ansicht hier ja zu guter letzt musst du das ganze nur noch speichern indem du hier unten auf speichern klickst und schon hast du deine erste kampagnenvorlage angelegt viel erfolg damit und bis bald tschüss